Also wenn ihr das WLAN der Schule nutzen wollt, das M-Bildung Internet, braucht ihr natürlich einen Benutzername und ein Passwort und der Benutzername ist fix. Das ist die Schulmailadresse, da kommen dann keine schulfremden Leute rein und jetzt erkläre ich, wie man diese Schulmailadresse findet. Man geht ins Intranet, AWG Intranet und dann findet ihr an dieser Ecke eure Schulmailadresse. Ich zeige das jetzt mal, die schaut dann so aus at awg.münchen.musim.de und da oben ist euer Benutzername. Diese Mailadresse gebt ihr in der WLAN an, bei Passwort anfordern, da gibt ihr diese Adresse an. Wenn ihr das gemacht habt, wird euch an diese Adresse ein Passwort geschickt, recht kryptisch. Das findet ihr, wenn ihr im Intranet seid, hier E-Mail, Webmail, da klickt ihr drauf und dann seid ihr im Schulmailding, das ist so eine Horde Software, da steht es. Da geht ihr jetzt rein mit Benutzername und dem Passwort, dem Intranet Passwort, dem Passwort, das ihr auch in der Schule nutzt. Ja, so Schulpasswort, mit dem ihr ins Intranet reinkommt, mit dem ihr in der Schule reinkommt, da kommt ihr hier auch auf dieses Webmail rein. Dort findet ihr dann das Passwort, mit dem ihr ins WLAN, SchulwLAN reinkommt und das war's.